Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable The Lost Chapters. Wir sind im letzten Part hier auf dem Friedhof angekommen. Und wir müssen irgendetwas finden und ich habe keine Ahnung was das... Oh mein Gott, untote. Oh mein Gott. Was macht der Typ hier? Oh ja. Kommt, spawnt. Hier können wir wenigstens mal etwas nah kommen. Oh, verarschen. Hier können wir mal etwas mehr Erfahrung sammeln, weil die Fische nicht sonderlich viel aushalten. Jetzt kommt schon der nächste. Angewackelt. Den klopfen wir mal ordentlich weg hier. Genau wie der hinter ihm steht. Und da kommen noch mehr und noch mehr. Und alle. Eine tolle untoten Feier hier. Sie werden Angst haben, dass die Ghostbusters sie finden. Darum kommen sie einfach zu uns. Gut. Damit sie nicht vernichtet werden. Oh, die sind krass störend. Nicht schlagen, nicht schlagen. So, komm. Wie viel kommen da denn noch raus. So, einer ist tot. Na komm, steh auf. Bam. Den hier auch weggekloppt. Gut. Wir müssen zu Nostro. Ich frage mich, ist der hier? Wie ist das, Nostro? Da unten ist nichts. Nein. Wo nach sucht ihr denn? Ha. Ich dachte, diese Gruft wäre näher. Nostros Rüstung. Cool. Können wir die anziehen? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, wir müssen da die komplette Rüstung sammeln. Wenn ich mich richtig erinnere. Damit wir weiterkommen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was passiert. Gut. Gut. Ähm. Gut. Wir gehen jetzt mal weiter. Ich gehe mir hier etwas auf den Sack. Und hier hier. Sack. Und du hier. Sack. Und boah, der wird voll umgeklopft. Ha. Okay. So, dann schauen wir mal, was sich dort unten bei Nostro verbirgt. Er schiebt einfach mal so das Grat auf. Meine Rüstung, mein Helm, mein Schild und mein Schmier. Bringt das. Sei euch Durchgang gewährt. Okay. Dann bringen wir ihm mal seine Sachen. Nur weil der Idiot das geklaut hat, dürfen wir jetzt losgehen und sie suchen. Wir wären ja nicht der Held des Spiels, wenn wir das nicht suchen müssten. Es wäre ja zu einfach, wenn der das Zild sagen würde, dass er da das Zeug versteckt hat. Aber das tut er natürlich nicht. Gut. Angelroute. Gut. Wenn wir eine Angelroute bekommen, dann kann das nur bedeuten, dass mindestens ein Teil der Rüstung im Wasser ist. Ah, und ich glaube, die grünen Punkte, die da auf der Karte sind, sind auch schon die Rüstungsteile. Gut, dann probieren wir das einfach mal mit dem Angeln. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Wartet, bis sich die Schnur strafft und drückt dann linke Maustaste, um sie einzuholen. Drückt mehrmals die linke Maustaste, um die Schnur einzuholen und den Fisch zu fangen. Gut. Dann probieren wir das einfach mal. Ups. Okay. Was zur Hölle? Ich kapier's nicht. Gut, probieren wir es nochmal. Okay. So. Dann schauen wir einfach mal. Ah. Ah, okay, ich erinnere mich. Wir müssen immer einholen, wenn der Fisch gerade nicht zieht. Gut. Ah, verdammt nochmal. Ah, Mann. Okay, nochmal. Jetzt. Oh, Gott. Komm, verschwinden. Die fackende Untote. Boah, da kommen schon wieder welche. Okay, der ist tot. Wir brauchen ihn eh nicht. Dann schauen wir mal, ob wir es jetzt schaffen, dieses Teil der Rüstung hier rauszubekommen. Ganz langsam. 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 Na. Na. Ach, komm schon. Ja. Wir haben es geschafft. Schauen wir mal, was es ist. Es ist... Nostros Schild. Wunderbar. Das ist doch ein Fund. Das ist doch ein Fund. Ein riesengroßes Schild mit einer Angelrute aus dem Wasser gezogen. Cool, wie wir es sind. Und jetzt. Zack. Okay, und hier kommt immer mehr. Ich erinnere mich, dass ich beim letzten Mal, als ich das damals vor ein paar Jahren gespielt habe, dass ich hier so lange die Viecher geschnetzelt habe, bis nichts mehr gespawnt ist. Aber das hat ziemlich lange gedauert und darum werde ich das jetzt auch nicht machen. Gut, buddeln wir hier mal. Blüpp. Ausgebuddelt. Nostros Schwert. Sehr gut. Was brauchen wir jetzt noch? Da, komm. Ah, natürlich. Ah ja, natürlich. Der im Haus. Der Helm. Der gute alte Helm. Da ist er. Nostros Helm. Schauen wir mal, ob wir hier noch was mitnehmen können. Oh ja, hier gibt es einiges. Zu entdecken, was der alte Totengräber, nicht alles, in seinem kleinen Häuschen am Friedhofsrand versteckt. Das wird er alles aus den kleinen Gruften gezogen haben. Genauso wie die Rüstungsteile. Na, komm. Gucken wir mal, ob wir hier möglichst lebend durchkommen. Na, komm schon. Den kloppen wir schnell weg. Lauf, lauf, lauf. Ich hoffe, dass wir jetzt alle Teile haben. Es muss aber eigentlich jetzt alles gewesen sein, weil auch keine grünen Punkte mehr auf der Karte zu sehen sind. Darum hoffe ich einfach mal, dass wir der Karte vertrauen können und wir alles haben. Meine Rüstung, mein Helm, mein Schild und mein Speer. Gut, wir schauen ihm alles. Ihr brachtet es mir. So sei euch Durchgang gewehrt. So sei euch Durchgang gewehrt. Sehr schön. Was passiert jetzt? Oh, okay. Ah, okay. Das ist dann der Durchgang. So. Ihr habt dem Alten also die Rüstung zurückgebracht. Ja, das hab ich. Dann lasse ich euch durch, aber Vorsicht. Ich will hinterher nicht eure Fingerabdrücke auf mir finden. Mann, was denn da passiert. Mann, was denn da passiert? Gut. Dann gehen wir hier mal rein. Alter Friedhofspfad. Das hört sich doch schon mal super ungefährlich an. Hier werden auch keine... Boah, ich hab's gewusst. Boah, ich hab's gewusst. Oh, komm. Ja, okay. Aber ich werd hier jetzt nicht ewig rumstehen und die Untoten hier hauen. Auch wenn ich jetzt nicht... Ihr seid hier nicht mehr offen. Ja, das hab ich auch schon gemerkt, dass wir hier nicht willkommen sind. Und darum versuche ich hier so schnell wie möglich rauszukommen. Geert um, solange ihr noch kein Leben. Nein, wir kehren natürlich nicht um. Denn wir leben gegen den Willen der anderen. Ich frag mich, warum die uns gerade nicht angegriffen haben. Aber egal. Mir soll's recht sein. So, dann steht mal auf und sch... Der eine hat uns eben fast geschlagen. Wir konnten uns aber gerade noch so abwehren. Da ist schon wieder... Oh mein Gott. Wie viele sind hier bitte? Oh mein Gott. Puh, 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 oh mein Gott. Gut, los, los, los. Oh mein Gott. Gut, weiter. Weiter, weiter, weiter. Wir lassen euch nicht weitermachen. Doch, ihr lasst mich weitermachen. Denn ich bin der Protagonist in diesem Spiel. Der Held. Der Held der Welten. Auslandsweise mal nicht der Held der Zeit. Ihr bietet diese Tür und ihr dürft nicht durch. Okay. Oh, für Koppzer. Oh, oh, oh. Ach, wir müssen den killen da unten. Okay. Dann machen wir das eben. Baa. Flächenangriff. Los, Pikachu. Tsssss. Tsssss. So. Gut. Komm mal her, großer. Dann locken wir dich eben mal. Nooooh. Okay, 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 okay. Ich hab eigentlich gehofft, dass wir es nochmal schaffen, den Fischenangriff hier zu machen. Aber wir haben nicht mehr genug. Mana, mana. Oh mein Gott. Krass, wie viel von den Fischern hier rumrennen. Gut. Damn. Ha. Geht doch. Ja, super, genau. Ja, die wären jetzt normal alle tot, wenn die Attacke auch getroffen hätte. Aber okay. Wir verzeihen es dem Spiel nochmal und gehen hier durch diese Tür. Kreis der Toten. Oh mein Gott. Der Kiel ist aus niedrigem Stand. Passt auf. Ha. Puh, nochmal tief durchatmen. Bevor wir hier anfangen. Hm. Okay. Ich bin nicht ins Licht. Oh man, ich hab Angst. Gut Leute, ich würde sagen, wir sind zwar noch nicht bei knapp 15 Minuten, aber bevor ich jetzt da reingehe, werde ich mal den Part beenden. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Teil von Fable The Lost Chapters. Bis dahin. Ciao. Ciao.